Hallo, Andrea und Dietmar wieder hier von Wir müssen reden. Vielleicht erinnerst du dich noch an eine unserer Folgen, die da hieß, nach dem Streit ist vor dem Streit. Die Folge, die wir heute mitgebracht haben, schließt sich thematisch gut daran an. Sie lautet die Macht der Entscheidungen. Nein, und unsere erste Frage heute an dich ist, zu was entscheidest du dich denn so nach einem Streit? Also ist deine Entscheidung ganz klar reflektiert und entspannt, da habe ich einen Fehler gemacht, mache ich beim nächsten Mal nicht wieder, da mache ich es besser oder ich gebe klein bei, damit die liebe Seele Ruhe hat und es keinen Stress mehr gibt oder bist du einer von denen, der sagt, nee, ich habe Recht und da gebe ich jetzt mal überhaupt nicht nach, sondern das ziehen wir jetzt durch, so lange, bis er einen gesehen hat, dass ich Recht habe oder umgekehrt. Und das ist auch eine Entscheidung. Ist auch eine Entscheidung, ja. So wie verletzt zu sein bzw. verletzt zu bleiben ist eine Entscheidung. Beleidigt zu sein ist eine Entscheidung. Einfach rausgehen, das ist auch eine Entscheidung. Sich einfach rausnehmen, zurückziehen, gar nichts machen. Und wir haben euch da ein schönes Beispiel mitgebracht von einem unserer Streits, wo wir es mal wieder geschafft haben, wir streiten uns nicht häufig, aber wenn wir uns streiten, dann schaffen wir es wirklich bis zur Erschöpfung, bis wir beide völlig ausgelaugt und nicht mehr können und so war das in dem Fall. Und dann sind wir an einer Stelle gelandet, wo uns gar nichts anderes übrig blieb, als eine Pause zu machen. Erschöpft. Also es war so, du hast es so schön ausgedrückt danach, wir waren beide unterwegs wie zwei Boxer in der zwölften Runde, die eigentlich... Stehend K.O. Stehend K.O, genau, das war der Ausdruck, einfach die Hände gar nicht mehr oben halten können. Und so fertig waren wir tatsächlich. Und so lagen wir da und haben tatsächlich beide geschlafen. Und nachdem wir diese Pause gemacht haben, die ich dir echt mal ans Herz legen möchte, also tatsächlich, wenn ihr so in einem Streit drin seid, macht eine Pause. Auch eine Entscheidung. Auch eine Entscheidung, eine Pause zu machen. um zu regenerieren, um Luft zu holen. Und nicht, um zum nächsten Schlag auszuholen, bitte nicht, sondern um dich zu erholen, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und genau das ist mit uns passiert. Wir haben geschlafen und dann bist du gekommen und jetzt übergebe ich das an dich, weil du hast es initiiert. Genau, dann war bei mir plötzlich so da, zu gucken, genau, zu was entscheide ich mich? Und was will ich, will ich das wieder reproduzieren? Will ich nochmal rein in den Streit? Will ich es wieder aufleben lassen, wieder die Verletzung? Oder, also meine Entscheidung, also die Frage an die Andrea war, die Entscheidung, alles auf null zu setzen. Also was ist vor dem Streit passiert? Wir sind quasi in der Geschichte wieder bis zu dem Nullpunkt, bevor alles anfing, bevor es losging, bevor es eskaliert ist, hinzugehen und zu sagen, was treffe ich dort für eine Entscheidung? Ich sage jetzt bewusst, ich, weil es natürlich mit mir eine Initiation hat, ja, eine Initialzündung, aber natürlich, es geht nur darum, es geht nur, wenn der Partner auch mitgeht. Also ich habe die Andrea dann gefragt, ich sage, wollen wir das probieren? Wollen wir zurückgehen beide an diese Stelle, bevor es so eskaliert ist, bevor alles hochkam? Und ich glaube, da geht es schon darum, den anderen wirklich, ja, also dass man wahrhaftig ist. Also ich habe auch gefragt, schaffst du es oder kriegst du es hin? Oder kriegen wir es hin? Und dem anderen auch wirklich tief in die Augen zu schauen und es auch zu spüren, wenn er sagt, ja, komm, wir probieren es. Wir treffen die Entscheidung, dort nochmal hinzugehen. Und dann ist viel passiert, weil dann konnten wir es neu entscheiden. Also Neuentscheidung nicht einzusteigen, sondern in dem Fall war es, Andrea hat sich nicht gesehen gefühlt, keine Wertschätzung. Und dann an der Stelle zu sagen, worum ging es dir? Was war das Thema? Und dann zu sagen, ich sehe dich mit deiner Verletzung oder ich sehe dich mit einem Schmerz. Und nicht das zu ignorieren oder drüber zu gehen oder zu sagen, lass mich in Ruhe damit oder solche Dinge, sondern einfach das zu geben, das da reinzugeben, worum es ging, was der Partner gern von dir gehabt hätte. Und da geht es tatsächlich nur mit einer Entscheidung hin. Es geht nur, wenn beide die Entscheidung treffen, wir probieren das jetzt. Wir holen nochmal tief Luft, wir gehen nochmal an den Ausgangspunkt und gehen von da Stück für Stück, vielleicht auch in Zeitlupe, wie ich es schon mal beschrieben habe, zu sagen wirklich, was ist Schritt für Schritt tatsächlich passiert. Aber dadurch, dass wir in der Ruhe waren und beide die Entscheidung getroffen haben, wir machen das jetzt, konnte es gehen. Und du hast vor einiger Zeit einen wunderschönen Satz geprägt, den ich seitdem ja ständig aus der Tasche hole, nämlich, Entscheidung setzt immer den Impuls für Veränderung. Und so ist es uns da gegangen, weil es konnte sich durch diese Entscheidung etwas verändern. Es konnte sich verändern, wie wir miteinander gesprochen haben, wie wir einander zugehört haben. Und dann war es plötzlich ganz leicht. Dann waren Stunden, die wir vorher damit zugebracht haben, uns zu verteidigen, zu rechtfertigen und auszuteilen, waren weg, weil sie nicht notwendig waren. Und die Geschichte neu geschrieben. Neu geschrieben, absolut, ja. Also so empfinde ich es wirklich zu sagen, diese Geschichte, die da passiert ist, zurück in den Ursprung und dort nochmal versuchen oder die Entscheidung zu treffen, sie neu zu schreiben. Und zwar natürlich dann unter dem Aspekt des Miteinanders und natürlich auch unter dem Aspekt der Liebe zu sagen, was würde denn die Liebe antworten? Was würde die Liebe tun? Ja. Und nicht die Angst. Genau. Und wir haben festgestellt, diese Macht der Entscheidung, also diese Entscheidung, die den Impuls setzt, das kannst du eben nicht nur in deiner Beziehung anwenden oder nutzen, um eine glücklichere, tiefgründigere, heilsame, heilende Beziehung zu führen, sondern das kannst du erweitern. Das kannst du in dein ganzes großes Leben holen, indem du bewusst Entscheidungen triffst und guckst, wie schaffe ich es denn, wirklich richtig kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Und du schätzt es nicht. Es ist wirklich, ich habe das so als Appell, weil, ich weiß ja nicht mal, zu was ich mich entscheiden soll, dann entscheide dich für die Veränderung, entscheide dich für das Neue, entscheide dich für das Leichte, das Schöne. Also es muss nicht immer nur so zielgerichtet sein, da geht die erste Hürde schon los, entscheide dich, die Entscheidung setzt den Impuls zur Veränderung. Und auch ganz egal, wie groß es in dem Moment ist, also auch wenn du sagst, es geht um eine kleine Entscheidung, triff einfach eine, fang an, irgendwo bewusste Entscheidungen zu treffen, bewusst zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Und dazu haben wir noch eine Geschichte mitgebracht, die auch mit uns zu tun hat. Wer uns schon ein bisschen länger kennt, der kennt ein bisschen unsere Geschichte, unseren Weg. Und bei uns war es so, dass wir, ja, wir haben es mal ganz zu Anfang gesagt, mit Mitte 40 insgesamt viermal geschieden, getrennt, sechs Kinder von zwei, jeweils zwei verschiedenen Partnern. Und wir gesagt haben, wir können diesen Podcast machen, weil wir wissen, wie es nicht geht. Und wir hatten uns zusammengefunden, um unseren gemeinsamen Weg zu gehen. Und wir hatten unsere Landkarte so wunderschön ausgemalt. Wir hatten so bunte Wege und so bunte Ziele, wo wir überall hin wollten. Und wir waren damit schon mutig, weil wir alles in einen Topf geworfen hatten, alles über Bord geworfen hatten, alles investiert hatten. Und plötzlich war an einer bestimmten Stelle, ich habe mal gesagt, es war Nebel und Sandsturm. Sandsturm und plötzlich war von diesen Wegen nichts mehr da. Es war keine Himmelsrichtung mehr auf der Karte zu sehen und es war nichts mehr da. Und dann ging es darum, wieder eine Entscheidung zu treffen. Wir hatten vorher ja schon eine getroffen, ganz bewusst. Und dann haben wir wieder eine Entscheidung getroffen. Und ja, das war an der einen oder anderen Stelle nicht einfach. Deswegen sage ich heute zu niemandem mehr, lass doch einfach los. Du musst einfach nur loslassen. Es ist nicht immer einfach. Und einfach durch irgendwas durchzugehen. Nein, es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer leicht. Und es fordert ganz, ganz viel Mut von dir, manchmal an der einen oder anderen Stelle Entscheidungen zu treffen, in eine Richtung zu gehen, die dir völlig unbekannt ist. Und so ging es uns auch. Wir haben die Entscheidung getroffen zu dem Zeitpunkt. Und dadurch ist ganz, ganz viel Neues entstanden. Genau. Mit dem Alten, was wir mitgebracht haben, den Erfahrungen, dem Wissen, der Verbindung auch zum morphischen Feld, eine ganz eigene Methode, die für sich steht und die uns jetzt seit Tagen und Wochen mittlerweile begleitet. Ich habe gerade überlegt, aber seit Wochen, gefühlt seit Monaten, dass wir jetzt soweit sind, zu sagen, ja, die ist rund, es ist stimmig, es ist alles da, was es dazu braucht. Und Believe, so heißt die Methode, möchte jetzt auch raus. Sie möchte jetzt auch raus, genau. Und dazu möchte man dich heute ganz gerne einladen, eine Entscheidung zu treffen. Schau es dir mal an. Weil Believe arbeitet genau auch mit diesen Entscheidungen. Believe arbeitet mit dem Gefühl, mit dem Glauben an dich, mit deinen Beziehungen, mit deinem Business, mit deiner Persönlichkeit und bietet dir ganz, ganz viele Möglichkeiten, einfach mal anders drauf zu schauen. Und mit dem heutigen Tag, an dem du unseren Podcast hörst, erblickt auch unser gemeinsames Baby, Believe, das Licht der Welt. Und ab heute, im Laufe des Tages, wird Believe online sein, wird sichtbar sein, es wird eine Videoreihe geben, es wird ganz bald ein Webinar dazu geben, wo es auch um das Thema Beziehung geht. Wir freuen uns schon riesig da drauf und auch auf das Feedback, alles, was da kommt, ist herzlich willkommen. Wir wollen mit dir, mit unseren Hörern, mit den Leuten, die sich das anschauen, die mit uns arbeiten möchten, in Beziehung gehen. Und Beziehung hat ganz viel mit Entscheidungen zu tun, hat viel mit wir müssen reden zu tun. Und wir haben ja immer gesagt, es geht in unserem Podcast auch nicht nur um die Beziehung, partnerschaftliche Beziehung, sondern um all deine Beziehungen, weil wir sind überall in Beziehungen. Wir Menschen sind Beziehungswesen, ob das jetzt auf unserer reinen Zellebene ist oder eben in Beziehung zu unseren Partnern, zu unserer Familie, zu unseren Geschäftspartnern, Arbeitskollegen oder whatever. Und das nehmen wir mit Believe alles, alles, alles mit auf und freuen uns riesig. Und wir freuen uns drauf, wenn wir dich an der einen oder anderen Stelle begrüßen dürfen und ein Stückchen begleiten dürfen. Schau einfach mal rein auf unsere Facebook-Seite, auf unserer Homepage. Es wird alles heute im Laufe des Tages online sein. Online sein. Geboren. Geboren ist es eigentlich schon länger, aber sichtbar. Genau, sichtbar werden. Für alle anderen sichtbar werden. Und all das, was du dort sehen wirst, spüren oder erleben wirst, ist entstanden aus einer Entscheidung. Aus einer Entscheidung. Ganz genau. In diesem Sinne triffst du auch mal wieder eine Entscheidung. Genau. Viel, viel Kraft und Freude dabei. Ciao. Bis dann. Bis dann.